Richtiger Spaß, ja? Da, mein Minnoli, nur die erste Runde holen, dass ich direkt Autoshotty kaufe. Ja, das sind die Dinge, die nicht passieren. Ohne ist aufe. Ja, den holt er den. Abends. Der eine ist aufe gegangen. Back in hier, oder was? Ja. Ah, er ist Pit. Pit land. Ah, der ist so low. So low ist der. Okay, sorry. Ich hab ihn getroffen, aber... Da bin ich jetzt aber gespannt, was der noch hat. Also, ich glaube mal, es hat mal Blur gespritzt, oder? Du warst mir da überhaupt... Bei mir hast du gar nicht geschossen. Ach so, okay. Ich hab ihn nicht gekriegt. Nein, nein, nein. Doch, ich hab ihn 10 in 1, ja. Okay. Keine Panik. Lange für den Autoshotty. Ja, vorbei. Oh Mann, schon alle. Ohne ist lang. Bei dir. Hm? Habe. Ist der lang oder der Schöpfläge? Der lange habe ich. Habe ich geholt. Warte, ich komm zu dir. Der müsste jetzt Pit sein vermutlich. Äh, Pit, die haben wir gehört. X nach rechts. Was? Ich bin glücklich, ich gehst du. Ja, ist halt geil, wenn die Mann so oft entfehlen, dass du einfach auf Backen die Ahnung nicht genug hast. Ein paar Schlangenabäume und irgendwer noch mal läuft da in Brinie. Back in der Nähe ist was. Man hat ja On-Site und... Naaah. Naaah. halb so wild Der ist in der Smoky. Ja. Haha, okay. Äh, close, Darkly. Minikatz läuft da durchs Bild die ganze Zeit. Man ist onside. Onspot, ja. Woah, da. Diegel. Ich habe einen Schanz, weil du da nicht gepickt hast. Ich habe mir irgendwie einen Diegel-Header gegeben, aber ich bin nicht gestorben. Nur 30 HP. Einen so blind. Ah, das war meine, sorry. Wo? Ja, onspot immer noch. Und der andere? Ah, immer noch Pip. Ah. Na, der war onspot. Ah, lol, okay. Los. Was? 30 HP nur überlebt hier. Wir pushen. Was ist da längst hier? Haha, idiot. Ah, das ist short. Äh, nein, nein. Hat der short, kann ich. Der ist short. Ja. Mit der shorty. Der ist auf dem Spot. Das könnte man in den Zangen nehmen. Was? Ich bin schon mit der Grenade angegriffen. Oder? Nicht so gefallen. Der ist ja das Auto schon gekett. Das wird dir noch wie rein. Ich war schon mit dir. Ah, ich konnte hinter mir so viel lang. Er ist geshört durch, er kommt wieder geshört, was er. Ah, ich hab Bombenkett. Ah, komm! Das kann normaler Mensch, lass die Bombe liegen, was? Ja, ich hab das. Los geht's! Wir holen den 8! Es ist selten, dass ein beschissenes Mokyxel auflangt. Naja, aber der ist dort manchmal versteckt. Ja, aber dann kann man da gemütlich in die Library hin, egal. Ich habe beide Pit oder so. Warte mal. Na? Ja, ja. Ich muss aber Pit ziehen. Oder Balcony. Ja, ja, da. Da unten im Eck. Ah, der ist aber so geil. Du haust einfach am Burn von Library auf den Spot und hörst noch zzzzzzz. Wie ein Grillz-Hennile. Ja, da unten im Eck. Auf gehts. Und dann will ich das nicht. Und dann können wir die Zeit nehmen. Auf geht's. Und dann können wir die Zeit nehmen. Tief. Ja. Ich habe hier umgedreht. Ja. Ja. Wann einmal zumindest dumm trefft vermutlich. Ja. Wann auch cool jetzt schon. Oder bei Knie. Na beide lang. Ich bin zu low. Vor HP. Dann ist der kein Label reading. Was echt? Ja. Ja, ob man sogar der Hedgeck geht. Ja. War ja gerade meine zwei letzte Kugel. Oh, nehm. Du hast noch 10 Schoß geht. Wird es nicht. Es wird aber knappe Geschichte. Hör mich nicht. Oh nein. Oh nein. 100 Triple Schoß. Ja. This is where it's time to shine. Oh, eh cool, damit ich noch ein Auto schotte. Komm, ein Schott. Komm, ist gesmoged. 1-Nino-Short. Oh, oh, oh. Meine Augen. Der Sidestep von mir selber hat mich getötet. So. Jetzt hole ich die Runde. Bitte gern. Mock of Short. Dann Auto-Shot die Apps und... Warn bei mir. Wo ist er? Hast du ihn gesehen? Nein, noch nicht. Ja, Bombe legt er mal bei mir da oben in dem Gang. Da ist er mal gefickend. Außer der Schott da hinten. Jetzt geht's wieder gegen AK, gell? Jetzt geht's wieder gegen AK, gell? Doch, ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Das ist ein Schott. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich hab grad gedacht, ich laufe mit Schuhe. Dann nimmt er da hin. Ich hab doch die Smokes so gut weggeschossen. Nee, die ist gar nicht schade. Super lang. Scheiss Platz. Heiken müssen. Aber es ist echt auch wieder noch an, aber der Gegner wo? Carried. Let's go earn our pay. Strike fire! Strike fire! Throwing grenade! Spoke! Deploying flashback! Boah, die Nate hat er noch geausnah. Also der hat noch ein Nate direkt gefangen. Ich hab 6 AP gegangen, zurück auf den Spot. Der müsste eh nicht mehr viel haben. Bitte geh nicht hoch. Schraubst. Weißt du das? Ja. Ich anonymisier mich grad. Ich zieh tat er nicht mehr. Wir müssen uns nur in der Kleber spielen. Er ist oben, er ist runtergekommen. Okay. Ich hab mich überdeckt. Schön. Der Mann hat sich nicht gerechnet, dass ich schon auf dem Balcony-Window ausschauke. Echt ja! Et immer. Wir müssen jetzt auf dem Start canvas gehen. Wir müssen bis jetzt mal weg. Wir müssen uns auf den Platz. Das heißt, wir müssen uns noch auf den Platz beacken. Versuch uns! Wir müssen uns auf den Platz. Ich glaube die warten bis ich wieder pushe. Mhm. Geht? Mitten geflasht. Jetzt ganze Shot. Ich habe so eine Art, da wäre noch AK für dich. So ein Alps. Okay. Du musst Auto-Shot spielen. Das ist viel besser. Nein. Shot ist einer. Hat Headshot. Hat zwei Headshots. Oh der war lang. Hast du eine Flash? Hau die Flash! Hau die Flash! Du bist ein wilder Hund. Das muss ich gar nicht sagen. Du bist ein wilder Hund. Der weiß nicht wie wild ein Kid ist. Hättest du einfach die Flashbang raus gewollt, dann wäre es 100 pro safe gewesen. Boah. Die Zwillinge. Abbrank! Ja, ich auch. Nein, bis jetzt! Nee! DoЯ! Ich bin Bis zum nächsten Mal.